was geht ab filmfreunde und damit herzlich willkommen zu dem neuen video hier auf meinem kanal und heute möchte ich euch das media book von diesem schönen film hier vorstellen ja hell is where the home is ein home invasion film hier veröffentlicht von piero lefou und ich pack das media book mal schnell aus zum film kann ich euch gar nicht sagen bis jetzt denn ich habe ihn noch nie gesehen bin jetzt aber wirklich mal gespannt wie er denn so ist so und zu den media books von piero lefou finde ich eigentlich immer relativ cool habe es jetzt nur preservation von den film gesehen von piero lefou und ja habe auch noch wie gesagt jetzt dieses hier in der sammlung und noch puppet master da kommt irgendwann demnächst mal ein unboxing ja schon mal vom design her finde ich es ganz nett sieht cool aus vom cover artwork her finde es sehr nice vom cover artwork her und wir haben hier natürlich auch noch ein poster enthalten was natürlich echt was besonderes ist und in dem sinne würde ich sagen viel spaß bei der vorstellung ich rede gar nicht mehr lang drum herum sondern wir kommen direkt zur vorstellung des media books von piero lefou von dem film der hell is where the home is viel spaß freunde so da bin ich wieder und wir schauen uns noch mal dieses wirklich coole cover artwerk an ich finde diesen rahmen hier drumherum richtig schick der schaut echt cool aus und das ganze cover hier ist wirklich nice gemacht gefällt mir echt gut ich halte ich das noch mal näher in die kamera wir haben hochglanz media book wie ihr seht ja und wirklich schön gemacht hier schön die titelschrift hell is where the home is ja schönes media book schönes cover artwerk und mal gucken wie schön der inhalt ist und ich bin gespannt wie schön der film ist so piero lefou hat ja immer hier noch was richtig cooles denn wir bekommen hier immer noch zu dem film und dem media book ein poster dass wir uns auch gleich anschauen werden aber das machen wir zum schluss denn ich möchte euch jetzt erst mal das media book zeigen und fürs poster muss ich dann weiter weg suchen später so also hier haben wir erst mal die blue disc die schaut jetzt hier so aus ja cool gestaltet eigentlich ist ganz cool das artwerk gefällt mir auf jeden fall gut so indruck haben wir natürlich auch auch schön gestaltet gefällt mir auch wirklich gut muss ich sagen sieht cool aus hat was so dann kommen wir zum buchteil und ja ich würde einfach mal sagen wir blättern einfach mal durch so und ich muss auf jeden fall schon mal zu beginn sagen echt gute qualität also piero lefou macht hochwertige media books wir haben ein hochwertiges booklet dicke seiten und auch einiges an text auf jeden fall schön gemischt mit bildern szenen aus dem film ja coole information auch vermutlich jetzt einfach mal und ja hier dann das was ist das hier werbung wahrscheinlich ja und dann das angesprochene film poster hier in der mitte das zeige ich euch aber gleich weiter geht's mit dem booklet schönes media book muss ich ehrlich sagen ist schön gemacht und wir haben hier echt einiges an text auf jeden fall auch einiges an schicken bildern dazwischen und ich bin jetzt echt mal auf den film gespannt also der hört sich ja von der story her echt schon mal gut an und ob er denn so gut ist das erfahrt ihr dann denke ich mal irgendwann einer review sehen wir mal wann so letzte seite zweite disk die ein bisschen schwieriger ausgeht so aber jetzt habe ich es doch gleich und hier haben wir eben auch noch mal dieses artwork ja sieht auch cool aus gefällt mir auch ganz gut ist ein cooles artwork passt auch sehr gut zum film vermute ich jetzt einfach mal und sieht doch nicht nice aus und wir schauen uns dann ganz kurz noch mal hier den indruck im kompletten an der schaut dann hier eben so aus so so müsst ihr das ganze gut erkennen können ja ganz schöner indruck muss ich echt sagen passt denke ich mal auch gut zum film und macht echt bock auf den film ich bin jetzt schon mal gespannt packt die disks jetzt noch mal schnell rein und dann würde ich sagen widmen wir uns noch den poster denn da sind denke ich auch einige von euch gespannt so jedoch die disk rein und so passt dann kommen wir doch auch schon zum poster freunde und ja ich suche mir jetzt mal kurz weg und dann schauen wir uns das poster man an so freunde es tut mir leid aber ich bekomme es jetzt ja auch nicht ganz drauf es ist halt dina 3 format so so sieht es aber auf jeden fall aus das ist dann eben alternatives cover artwerk des media books das eben nicht gewählt wurde für das media book und jetzt als poster sieht aber auf jeden fall ziemlich cool aus gefällt mir auch gut und hat auf jeden fall was ist ein schönes cover und ich finde so ein poster ist ja immer ganz schön wenn es dabei ist was ein bisschen schade ist ist halt dass es geknickt ist also aufhängen wird schwierig aber gut andererseits was soll man halt auch machen man muss es ja irgendwie ins media book bekommen ja in diesem sinne würde ich sagen bis zum nächsten mal freunde macht es wie immer gut lasst gerne ein like da und haut mir erst in die kommentare was ihr von dem film haltet und wer das media book findet und an alle neuen zuschauer lasst doch gerne mal ein abo da und dann bis zum nächsten mal euer movie pyro nein wollen wollen und schau Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.